Hallo meine Freundinnen und Freunde. Lockerungen, Reisefreiheit und andere für uns gewohnte Lebensabläufe kehren langsam wieder zurück. Corona ist zwar noch gegenwärtig, aber es ist wieder vieles möglich, was wir in den letzten drei Monaten nicht machen durften. Jetzt geht es um die Eigenverantwortung. Unser wichtigstes Schlagwort ist Social Distance. In einer Kontaktsportart wie Judo ist Social Distance sehr schwierig. Trotzdem gibt es jetzt schon wieder Möglichkeiten, Judo in den Vereinen zu machen. Vielleicht noch nicht in der gewohnten Form, so mit intensiven Rando-Riss, aber zumindest können wir Judo wieder gemeinsam in Gesellschaft betreiben. Konditionelles Training, Tando-Korensche und Freundschaftspflege ist auch in Gruppen wieder möglich. Deshalb stelle ich jetzt meine Corona-Videos ein. Sind nicht mehr notwendig. Ihr trainiert jetzt wieder in den Vereinen mit euren Trainern. Ihr braucht keine Trainings mehr zu Hause machen. Ich habe in dieser intensiven Corona-Zeit 25 Videos produziert, habe die OB-Challenge abgehalten und das Tando-Korensche-Championat ist noch im Laufen. Da könnt ihr euch noch anschließen. Wir können Judo wieder in der Öffentlichkeit gemeinsam durchführen. Alles unter Anleitung eurer Trainer. Somit ist meine Aufgabe mit den Videos beendet. Ich danke euch, dass ihr die Videos der World Schudo Family genutzt habt, um einerseits fit zu bleiben und andererseits unserem Sport, dem Judo, wieder treu zu bleiben. Gerade jetzt, nach einer so schweren Zeit, brauchen wir dein Engagement für unseren Sport. Umso intensiver werden wir Judo jetzt betreiben und es schätzen, dass wir unsere Sportart wieder ausüben dürfen. Ich möchte aber auch darauf hinweisen, dass es auch weiterhin wichtig ist, die Abstandsregeln einzuhalten, die Desinfizierungen und das Händewaschen. Mich juckt es auch, wieder intensives Randurie zu machen. Aber alles zu seiner Zeit. Wollen wir nichts herausfordern. Der Virus ist zwar abgeschwächt, die Infektionen sind zurückgegangen, aber der Gegner, der Virus, ist immer noch da. Abschließend möchte ich mich noch auf das Tando-Korensche-Championat 2020 hinweisen. Gerade jetzt wäre es in den Klubs eine gute Gelegenheit, für das Championat zu trainieren. Man könnte es auch als Vereins- oder als Trainingsziel definieren. Macht mit! Am Ende des Schluss ist bereits der 12. Juni. Alle weiteren Informationen findet ihr auf meiner Webseite www.worldjudofamily.com Die World Judo Family ist immer bestrebt, ein kleines Bustel im großen Judo-Geschehen zu sein, um so mitzuhelfen, Judo weiterzuentwickeln. Jetzt verabschiede ich mich. Einstelend bei euch. Bleibt fit und gesund. Habt Spaß am Judo-Training. Und haltet die Judo-Werte ganz hoch. Ciao. Euer Franz. Servus der Jeez. Bis zum nächsten Mal.